Hi, mein Name ist Sebastian. Willkommen zum zweiten Teil der Videos über Schwingungen mit FIFOX. Im ersten Teil habe ich euch einige Federpanel gezeigt. Ich habe euch gezeigt, wie ein gedämpfter Oszillator da aussieht und ich habe euch gezeigt, wie ihr die Resonanz einer getriebenen Schwingung mit FIFOX ausmessen könnt. Falls ihr das verpasst habt, schaut euch einfach die Videobeschreibung unter dem Video an, da findet ihr einen Link zum ersten Teil. Diese Federpanel sind normalerweise eher Demonstrationsversuche, denn zu Hause hat man in der Regel keine geeignete Feder. Stattdessen möchte ich in diesem Video jetzt über Fadenpendel reden, das heißt ihr braucht zu Hause eigentlich nur einen Faden und euer Smartphone, um diese Pendel zu bauen und wir beginnen mit einem simplen Beispiel, was ihr jederzeit vorführen könnt. Zunächst braucht ihr FIFOX, welches ihr kostenlos für Android und IOS über FIFOX.org bekommt. Öffne das Experiment Fadenpendel in FIFOX, wechsle auf die Seite Länge und wähle die Funktion Zeitautomatik aus dem Menü. Wähle eine Startzeit von 3 Sekunden und eine Dauer von 10 Sekunden. Das bedeutet, dass nachdem du Start gedrückt hast, FIFOX 3 Sekunden warten wird, bevor es tatsächlich anfängt zu messen und danach 10 Sekunden später wieder stoppt. Befestige einen Faden an deinem Handy, drücke Start und lasse das Pendel schwingen, bis die 3 plus 10 Sekunden vergangen sind. Dann schau dir das Ergebnis an. Wenn alles geklappt hat, wirst du sehen, dass FIFOX die Länge vom Drehpunkt bis zum Massenschwerpunkt ermittelt hat. Vergiss nur nicht, dass es dein Handy ist, was hier schwingt. Also übertreib es nicht und pass auf, dass es nicht herunterfällt oder irgendwo gegenstößt. Wenn du aber vorsichtig bist, ist das ein schönes Beispiel für das einfache Modell eines Fadenpendels. Das heißt, hier ist das Quadrat der Winkelgeschwindigkeit gleich der Erdbeschleunigung geteilt durch die Länge deines Pendels. Wenn du genauere Messungen machen möchtest, wirst du allerdings ein Problem feststellen. Denn mit nur einem Faden dreht sich dein Pendel, selbst mit einer aufwendigeren Konstruktion. Lasst uns stattdessen eine Schaukel bauen. Dazu braucht ihr nur eine Papprolle, die ihr flach drückt. Stanzt Löcher in die vier Ecken und markiert die Breite eures Handys. Schneidet die Seiten aus und steckt je einen Faden durch beide Seiten. Befestigt schließlich euer Handy mit einem Gummiring. Dieses Pendel wird sich nicht um den Faden verdrehen. Mit einem solchen guten Pendel kann man das Experiment auch andersherum durchführen. Miss zuerst die Länge deines Pendels mit einem Maßband und lass dann FIFOX die Erdbeschleunigung bestimmen. Oder du könntest das machen, was wir bei uns in der Experimentalphysik 1 Vorlesung gemacht haben. Zusammenarbeiten, um das Modell des Fadenpendels zu überprüfen. Die Studierenden konnten Bonuspunkte für eine Extraaufgabe bekommen. Sie sollten ein Pendel bauen und dessen Frequenz mit FIFOX messen. Natürlich haben wir sie auch ermutigt, uns ein Video von ihrem Aufbau zu schicken, sodass wir die kreativen Konstruktionen sehen können. Als die Aufgabe gestellt wurde, wussten die Studierenden noch nicht, wie die Frequenz des Pendels von dessen Länge abhängt. Stattdessen haben wir sie einfach gebeten, Länge und Frequenz in ein Onlineformular einzutragen. Natürlich hat ihr Experiment keine Funktion, die Länge zu bestimmen. Diese musste mit einem Maßband ermittelt werden. In der nächsten Vorlesung, in der das Pendel behandelt wurde, haben wir alle Ergebnisse zusammengesetzt. Und sie passten sehr gut zur Theorie. Das ist das Schöne an diesen einfachen Methoden. Jeder im Klassenzimmer oder in einem gesamten Hörsaal kann Teil des Experiments werden. Damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Lasst mich wissen, wenn ihr ein paar tolle Ideen für weitere Experimente habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.